Wir sind von Rumänien auf dem Weg in die Ukraine. Diese Region ist von wenigen Monaten bombardiert worden. Wir besuchen unsere Projekte vor Ort und wollen uns einen Überblick verschaffen, wie es aktuell in der Ukraine aussieht. Seit Anfang 2022 gab es in der Ukraine einen Krieg. Unzählige Menschen sind geflüchtet, viele haben ihre Tiere zurückgelassen, Hunde und Katzen ausgesetzt und Formtiere in einen Stall zurückgelassen. Wir konnten auch so reagieren und mit rund 60 Tierschutzorganisationen und privaten Tierschüttern Kontakt aufnehmen können. Wir haben in dieser Zeit mehrere hundert Tonnen Tierfutter geliefert und auch Tierhilfsgüter sind unterwegs. Viele von uns haben den Krieg in der Zwischenzeit vergessen oder verdrängt. Er geht aber weiter. Das Gebäude hier hinter mir ist vor wenigen Wochen am 2. August verbombt worden. Das heisst, wir und Menschen brauchen weiterhin dringend Hilfe. Auch heute noch halten wir die Hilfe direkt in der Ukraine aufrecht. Wir sind im ständigen Austausch mit unseren Partner-Tierheimen und auch mit privaten Tierschützern. Und was jetzt nötig ist, ist der Wiederaufbau von zerbunten Tierheimen. Die Tierschützer in der Ukraine brauchen weiterhin dringend unsere Hilfe. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, damit auch wir weiter hier in der Ukraine helfen können. Die Tierschützer in der Ukraine Vielen Dank.